Wir hatten einen Auftritt wirklich mit dem Originalback und es war wunderschön in Luxemburg in der Aspen der Scheier und haben dann extra dieses Stück einstuggiert, was wir euch jetzt mal gerne hier präsentieren würden. Es ist hier Samstagabend und ich habe alles von der Kerzen in der Hand. Und dann ist der Schock, wie dann, als ob ich zukommt. Und dann ist der Schock, wie dann, als ob ich zukommt. Und dann ist der Schock, wie dann, als ob ich zukommt. Und dann ist der Schock, wie dann, als ob ich zukommt. Und dann ist der Schock, wie dann, als ob ich zukommt. Und dann ist der Schock, wie dann, als ob ich zukommt. Und dann ist der Schock, wie dann, als ob ich zukommt. Und dann ist der Schock, wie dann, als ob ich zukommt. Und dann ist der Schock, wie dann, als ob ich zukommt. Da ist der Schock, wo andere Luft und es geht. Und dann ist der Schock, wie dann, als ob ich zukommt. Und dann ist der Schock, wie dann, als ob ich zukommt. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. Untertitelung. BR 2018 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 Der Musikverein-Buhweiler kann eigentlich sein, was rechtlich bedreht ist. Dankeschön, tschüss. Macht natürlich fest. Die Börse, ja, wir haben ein Geburtstags-Kidsch, was sind der da, die sich hat die Börse? Der Haus, das Gläserhaus, wo ist das Gläserhaus? Der Torsten Gläser, du hast nur noch Gelder gepackt? 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 Wenn du viel Gelder gepackt hast, dann spielst du mir wieder ein Happy Birthday noch, ja? Und natürlich für unseren ersten Prisanisten, Klaus-Peter Mees. Und heute gab's noch, heute gab's noch was ganz wichtig, der unser neuer oder demnächst erster Jodo-Posadist. Der Maurice Ludwig hat heute seine D1-Prüfung mit hervorragendem Erfolg. Mit sehr gutem, hervorragendem, wunderbaren Erfolg gestanden. Hat sowas die offizielle Spielerlaubnis im Musikverein Kuba gemacht. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Arreibt strategic objections. Und jetzt gehe mal hin. Musik 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 Ihr könnt euch schon mal einstehen auf den Tanzabend hier, kommt ein wunderbares Lied vom Überleben, das die wunderbare Gloria Gaynor früher mal gesungen hat, jetzt singt es wieder auf der Ostkaterina, da sagen wir mal tschüss, dann nach uns kommt hier eine wunderbare Line Dance Vorführung, wünscht viel Spaß und sehen uns hoffentlich los, dann auf der Kirmes Montagsabend 19 Uhr wieder. Ich würde gesagt mal sagen, wir haben auch einen wunderbaren Nachwuchs, BAS-Spieler, der Philipp Müller, rennt denn irgendwo noch hinten? Ihr kommt leider nicht immer zum Zuge, aber sein Lieblingsstück, das spielen wir jetzt noch, Philipp, komm spiel BAS, falls er irgendwo ist, Philipp, der kann später auch noch dazukommen, wenn er irgendwo noch rumfliegt, ja, ansonsten muss der Ahlen Herrigeiter jetzt noch einmal versuchen. Söhnenrzte Und so, you're back from all this pain I just won't be right there And I don't think of all the rest I've changed, I've changed, I've changed, I've changed And I know what you're so telling me You're back to find me You're my boy Walked out the door Just said right now Cause you're the fucker, you know Went to the water's right It broke me, it was mine It broke me, it was mine Went to the water's right And I, I went to the water As long as I'm on to live I'm gonna stay alive I better fall back again I better fall back again I took my, I went to the water It's a question like it Not to fall apart You're playing hard to know the pieces of my broken heart Spent too many nights I was feeling sorrowful for myself I used to cry And now I hold my little heart It's me, oh somebody I'm gonna change on this person So I'm not with you I'm gonna be just expecting to cry I'm sick and I'm on my own For someone who's in the water I'm like, oh Walked out the door Just said right now Cause you're the fucker, you know Went to the water's right I'm like, you're the fucker 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 I went to the water I was like, oh somebody I was like, oh somebody I'm gonna stay alive I gotta come out of it I gotta come out of it I'm so wild I'm so wild I gotta come out of it Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 La 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 La, 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 la... Jan, ist es R Telecom? Uh! La, 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 la... Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020